und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom spiel beyond blue wie immer schauen wir uns als erstes an was wir dazu bekommen haben an videos und ja telefonieren eventuell noch beziehungsweise wir wollten ja in der letzten folge schon mit unserer schwester telefonieren und dann geht's ab zum spiel i study things that are beyond their wildest imagination and that i see things that are brand new to science and the people into humanity every day i'm at home in these kinds of environments it's funny i am more comfortable here than i probably am on the outside it wasn't just that i was meant to be out on ships i was supposed to be in the bottom i was supposed to be in the deep water i was supposed to be doing those things that nobody had ever done before it completes who i am being a deep sea scientist it does require sacrifice i mean we're away from our families for weeks on end sometimes months on end it's a constant struggle because you miss part two because my oldest daughter was about to turn three when the old school happened in 2010 i was to see a lot so between 27 months and 36 months i was gone probably more than i was there when i came home after a five-week stint in the gulf she came running up to me in the airport she had transitioned from a dollar to a little girl and the little girl was gone and there was this other person there and you don't ever get that back it was a decision i was just like okay i'm gonna miss transformations i'm gonna miss really important things is it worth it i had talked to her class about the ocean and one of her friends said something to her and she responded you know my mommy she's the ocean doctor the ocean is sick and she's trying to make it better she couldn't even say important she's like it's really important but she understands that it's an important job every time before i leave i say my most important job on this planet is being your mother but this is part of me too das stelle ich mir wirklich wahnsinnig schwierig vor weil man liebt sein kind ja über alles auf der einen seite und auf der anderen seite kann man es nicht sehen ich muss ganz ehrlich sagen ich könnte das nicht ich würde es auch nicht wollen so viel zu verpassen aber gut jeden das seine so ach so das sind die nachrichten symbole okay so dr said you were going back out to look for them i know you are still deciding but i told him you're thinking about leaving the expedition early as soon as i have results i'll let you know marai i think i have a location for the mother and baby they were spotted just outside the research zone by those teenagers i was telling you about now i don't have much data but the report doesn't sound positive i'll let arena know as well okay hello were you asleep it's the middle of the day why does that matter did the doctor say anything other than an anonymous the window not really did you ask him the questions i said didn't seem to be any point listen i'm exhausted i'll kill you later okay please don't hang up run okay 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 also ich vermute mal dass der drahtseil akt zwischen der mutter und dem studium was glaube ich was sie gerade machen ist dann doch etwas komplizierter ist same night last dive we're near the coastal area where andrea and her mother were last spotted suit checked and rechecked can't risk any exposure in case the bloom hasn't completely resolved hard to swim after absorbing neurotoxin seriously diving now i'm in all right are you sure you want to do this dive i'm okay and you're sure you want to record in our streaming format yes ready recording now tonight we're recording from the open ocean in the western pacific for those of you who are returning we're trying to get an updated status on the mother and baby sperm whale that we've been following on our stream we're recording tonight's stream because we have reports that the mother whale is distressed and we don't want to surprise viewers if these reports are true after discovering a whale fall in our research zone we suspected that the whales may have been exposed to a toxin or pathogen and are currently investigating samples from several females in the pod tested positive for a toxin that we believe resulted from exposure to a harmful algal bloom near the coastal area just outside our research zone so dann schauen wir uns das mal an da sind sie auch schon okay die mutter scheint gestorben zu sein Nein, nicht das Auge. Okay, das Kind scheint gesund zu sein. Oh, nein. A12 für biologische... Was ist denn ein A12? Achso, die Mutter. Okay. Nee, ähm... Hallo? Zoom scannt der auch mal? Achso. Ist definitiv tot, ja. Und das David sieht man mit der Verwandtschaft. Und das war die Wale des Blumes. As far as we know, those were the only two whales affected by the bloom. With all of Andre's technology genius, he still hasn't invented a way to be in two places at the same time. Before my flight home landed, Irina and Andre had already confirmed the location of the harmful bloom. I stayed close to home with Nana until she passed the next year. Ren moved in with me to save money while she finished school, which was great. Mostly. It was Ren's idea to keep the live stream going remotely using one of Andre's drones. But it was my fabulous idea to have Ren join the stream to choose the questions from the audience. She is definitely a hit. Zwei Jahre später, im Westpazifik. I can't lie. It's great to be diving again. While I was away, the baby became an auntie. I think she likes it. She still buzzes me when I play my CODA sounds. So that is still a mystery. But I swear, we understand each other completely. Tutorial, Gebiete wiederholen. Du kannst den Freischwimmer, äh, du hast den Freischwimmer-Modus freigeschaltet. Danke, dass man den Rest jetzt auch noch lesen durfte. Ja, ähm, damit ist dieses Spiel dann auch schon zu Ende. Was sehr schade ist, weil das jetzt, ich weiß nicht, äh, ich glaube sogar noch weniger als zehn Folgen waren. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich schade, weil es ist unheimlich schön gewesen, diese ganze Atmosphäre mitzuerleben. Auch wenn das Ende, muss ich jetzt zugeben, sehr, sehr extrem traurig gewesen ist, als, ja, erst, ähm, diese ältere Wal gestorben ist und jetzt auch noch die Mutter gestorben ist. Ich habe echt gedacht, wir sehen jetzt, wie die Orcas irgendwie den Wal auffressen oder so, was ja eigentlich überhaupt nicht zu den Orcas passen würde. Aber, naja, als die dann schon ankamen, von wegen, die bedrohen scheinbar das Kalb, habe ich gedacht, hm, hoffentlich passiert jetzt hier nicht noch irgendwas ganz Schlimmes. Aber da kam dann zum Glück noch die Familie und hat das Kalb gerettet. Und, ja, wie man ja gehört hat oder gelesen hat, wurde es dann danach selbst noch zur Tante. Was auch ein bisschen traurig war, dass die Mutter gestorben ist, aber ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil die Mutter sowieso kein schönes Leben mehr, also die Mutter jetzt von unserer Hauptperson, äh, sowieso kein schönes Leben mehr gehabt hat mit ihrer Krankheit. Und, ja, ich sag mal, die Schwester ist dann nicht mehr so, ähm, extrem unter Druck und extrem unter Stress und was sie noch alles erleiden musste. Ähm, wir auch nicht, also sprich, die Hauptperson hier, ähm, hat das Problem auch nicht, sondern kann das restliche Leben jetzt erstmal mit ihrer Schwester genießen. Meistens jedenfalls, so wie sie gesagt hat. Und, ja, also ich fand es leider ein bisschen kurz, ähm, ich mag auch sehr, also sehr kurze Spiele nicht, aber ich mag auch kurze Spiele. Das ist alles kein Problem. Es ist auch für mich kein Problem, zumal das, ähm, Spiel auch jetzt nicht so teuer gewesen ist. Ähm, ja, alles in allem kann ich nur sagen, es war richtig, richtig gut. Gut, ich werde mal schauen, ob ich dann den Freischwimmer-Modus sozusagen noch mache, um dann noch ein paar Errungenschaften zu kriegen. Ähm, das heißt, ich stelle mir das so vor, dass ich dann in der Gegend rumschwimmen kann und noch ein paar von den Fischen und so weiter begegnen kann und einskennen kann und dann dementsprechend auch einiges freizuschalten. Das Let's Play ist auf jeden Fall damit hier erstmal am Ende. Das tut mir jetzt leid, dass die letzte Folge auch nicht mehr ganz so lange gegangen ist, aber das wusste ich natürlich nicht. Es war doch ein recht kurzer Tag, aber doch auch mit sehr vielen bewegenden Ereignissen. Und es wäre schön, wenn es vielleicht noch einen zweiten Tag geben würde, vielleicht auch mit den, ähm, technisch begabten Kindern, die angesprochen wurden, sind, dass man mit denen vielleicht noch irgendetwas machen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao. Tschau. Wir wurden von einem Zeitpunkt, an der wir denken, dass der Ozean zu groß ist, dass der Ozean zu groß ist. Du kannst nichts für granted, aber auch wenn der Ozean so groß ist, ist es sensitiv. Die Ozean sind die Kinnisse der Erde. Sie recycelen Material und filteren es aus. Die Ozean sind nicht sicher. Sie sehen das. Sie sehen das Ozean als ein Seuer, das sie können alles ins, und es ist aus-sicht, aus-sicht, aus-sicht. Nichts ist aus-sicht, aus-sicht, aus-sicht auf-sicht auf-sicht. Alles ist verbunden. Wir sind absolut in diesem Mix von Biogeochemistischen, und unser Rolle so far hat uns so viel konsumptive und destructiv. Wenn wir weitergehen, um ein Planet zu haben, müssen wir die Schmerzen wir haben. Was ist das Schmerzen, wenn wir die Klinik verändern, aber es ist, und wir tun nichts? Dann werden die Billionen der Menschen direkt verletzt werden, nur durch die Klinik-Level-Rise einzigartig, nur durch die Klinik-Level-Rise einzigartig, also durch die andere Klinik-Level-Rise einzigartig. Es ist nicht um, wer ist richtig. Es ist um, die consequenten zu sein, dass wir falsch machen, in die Entscheidung, die wir jetzt machen. Wenn wir die Klinik-Level-Rise einzigartig sind, können wir eine sehr gute Zukunft haben, und wir können viel von der Ozean bekommen. Wenn wir die Grundlage für inter-species-Klinik-Level-Rise einzigartigieren können, können wir erstellen, und das ist das, wo ich hoffe, die Zukunft geht. Denn was wir wirklich wollen, ist ein Curious, Conscientiouses und eine selbst-correctung Population. Das ist ein Curious, Conscientious, Conscientious, und das ist ein Curious, das ist ein Curious. Wir haben die Macht der Wahl, was wir essen, was wir essen, wie wir gehen, wie wir gehen. All die Dinge, die wir in einem jeden Tag machen, in einem jeden Tag, x 7 Billionen, werden wir alle die Unterschiede in der Welt machen. Wir müssen die Ozean schützen, als ob unsere Leben auf das Leben, weil sie es tun. Das ist ein Curious, das ist ein Curious, das ist ein Curious, das ist ein Curious. Wir sind bereit für die Worte. Oh, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Look at the length of that thing. Er ist wider than the sub. The sub ist long. No one has dived 2,000 m in Antarctica. My dip. 1,000 m auf dem Boden. Over. As a scientist, I could tell you, we discover something new every time we go out. That's been my drive, to discover things, to uncover mysteries that we can then solve. We're on a new frontier of ocean exploration that will bring out the explorer in all of us. We're partnering with the OceanX Initiative to build a mind-blowing platform for exploration. A research vessel that's a one-of-a-kind ocean conservation and media platform to explore the world's oceans in ways that were never before possible. To create one big wave for the oceans. I think it's really exciting. There's still a massive part of this planet we know nothing about. We need to make people understand what we do in the next 10 years is we're going to determine what the ocean looks like in 200 years' time. Audiences glued to Blue Planet 2 have been starkly reminded of the problems of plastic's pollution. 50 years ago, Jacques Cousteau and the Calypso managed to capture our imagination. Somehow we lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. The greatest era of exploration is still ahead of us. Exploring the ocean can help provide peace to the big possible. For more people to come. We have to get back that personal connection to our business. We have to get back and to share our imagination by the central plot. We have to get back and watch our degrees back in 1001형 who sadly marketing страшs. We have to get back that personal photographer. We have to get back andеньene out of burnt element. The greatest komma conseguir damage atmosphere is the light of耳 to scheme tower to parties. Vielen Dank.